Herzlich willkommen zum Videotutorial zu GeoGebra zum Thema Folgen Teil 4. Im letzten Tutorial habe ich Ihnen gezeigt, wie man mithilfe des Folgenbefehls eine Strecke in eine bestimmte Anzahl an Teile gleichmäßig aufteilen kann. So etwas ähnliches wollen wir jetzt mithilfe eines Kreises machen. Das heißt, der Kreis soll in zum Beispiel 5, 4 oder auch n gleich 12 Teile aufgeteilt werden. Wie würde man das zeichnerisch machen? Normalerweise würde man wahrscheinlich mit einem Geodreieck den Winkel abmessen, den man braucht bei 12 Teilen, 360 Grad durch 12, eine Linie abtragen und man bekommt dann einen Punkt auf C, den man dann mit dem Mittelpunkt des Kreises verbindet. Das Ganze macht man dann entsprechend oft, wie viele Teile man haben möchte. In GeoGebra nutzen wir wieder Folgen. Und damit wir auf den richtigen Ausdruck für den Folgenbefehl kommen, überlegen wir uns, wie wir erstmal den ersten Teilungspunkt bekommen. Wir machen das Ganze mithilfe des Befehls Drehe. Für diejenigen, die den noch nicht so gut kennen, nutzen wir wieder die Hilfe mit der Taste F1. Wir wollen hier die zweite Möglichkeit nutzen. Und zwar möchte ich ein Objekt drehen, das ist hier B, um einen bestimmten Winkel. Und der Mittelpunkt ist der Drehpunkt. So, B soll gedreht werden. Wie groß soll der Winkel sein? Nun, eine Drehung einmal rundherum sind ja 360 Grad. Wenn ich jetzt den Schieberegler N gleich verwenden möchte, hätte ich ja 360 Grad geteilt durch N. Mittelpunkt ist A. Wir testen mal, ob der Schieberegler tatsächlich eine Auswirkung hat. Und man sieht, bei N gleich 1 oder N gleich 2, dass das bereits funktioniert. Nun wollen wir allerdings nicht nur einen Punkt haben, sondern wir wollen ja alle Teilungspunkte verwenden. Und wie schon beim letzten Problem, können wir diesen Befehl zum Erstellen von B' wieder verwenden und in der Folge einsetzen. Nun, was wird sich verändern? Ich brauche natürlich eine Laufvariable. Wie viele Teilungspunkte brauche ich? Bei der letzten Aufgabe haben wir ja N-1 verwendet. Wir machen das hier jetzt auch erstmal. Allerdings werden wir es nachher ändern müssen. Die Laufvariable muss ich noch anwenden. Und das ist hier in diesem Fall an der Stelle, damit ich nicht nur 360 Grad durch N, sondern vielfach davon bekomme. Und damit sollte ich alle Teilungspunkte haben. So, soweit funktioniert das ja. Wir werden gleich mal B wieder löschen, weil wir den ja nicht brauchen. Denn in der Liste enthalten ist ja auch der erste Teilungspunkt. Nun möchten wir aber ja noch den Kreis aufteilen. Das heißt, wir würden vielleicht eine Strecke zeichnen von A zu B und A zum ersten Teilungspunkt. Was Ihnen hier auffallen sollte, ist, dass jetzt plötzlich ein Punkt C erschienen ist. Wir testen, ob die Aufteilung mit dieser Strecke funktioniert. Und das ist leider nicht der Fall. C ist nämlich ein Punkt, den ich neu gezeichnet habe. Ich konnte mit dem Zeichenwerkzeugstrecke diesen Punkt hier nicht erfassen. Beachten Sie den Unterschied. Wenn ich über A gehe, wird er hervorgehoben. Das geht hier bei den Punkten auf dem Kreis nicht. Also geht es so nicht. Was muss ich machen? Ich habe ja auch eine bestimmte Anzahl an Strecken, die ich hier zeichnen will. Im Grunde genommen mache ich es wieder wie vorher. Ich verwende eine Folge. Ausdruck, das ist ja wie immer das Schwierige. Was ich brauche, ist ja eine Strecke. Also nehme ich den Befehl Strecke. Beim Streckenbefehl muss ich zwei Punkte angeben. Das ist natürlich bei der Strecke immer hier der Punkt A, der Mittelpunkt als Ausgangspunkt dieser Strecken. Und der zweite Punkt, ja, die kann ich ja nicht alle einzeln ansprechen, die Punkte, die ich in dieser Liste hier habe. Aber glücklicherweise gibt es einen Befehl mit dem Namen Element. Wir schauen uns die Hilfe dazu ein, indem wir auf F1 drücken und sehen, wie das angewendet wird. Nämlich, ich muss den Namen der Liste angeben und die Position des Elementes. Also, der Name der Liste ist ja Liste 1 und die Position, die ergibt sich aus meiner Laufvariable, die ich verwende. Ich kann wieder I verwenden oder auch einen anderen Namen. Der hat mit der bisherigen Liste nichts zu tun. Das ist eine Laufvariable, die nur innerhalb dieses Folgenbefehls eine Rolle spielt. So, jetzt muss ich nur noch schauen, die äußere Klammer gehört zum Folgenbefehl, also muss ich hier drin I von 1 bis angeben. Wir hatten in der Liste 1 ja N minus 1 Punkte, also verwende ich auch hier N minus 1. So, und damit habe ich die ganzen Teilungslinien. Im Prinzip sieht es schon mal gar nicht schlecht aus. Nur habe ich ja hier eine Strecke A, die von Hand eingezeichnet wurde. Und ich möchte vermeiden, dass ich weitere Linien brauche, außer meine zwei Listen. Warum geht das nicht? Ganz einfach deshalb, weil bei meiner Liste 1 der Punkt B ja nicht enthalten ist. Schauen Sie noch mal, wenn ich die Liste 1, also die Teilungspunkte unsichtbar mache, dann verschwinden nur die 4. Der fünfte, das B, bleibt erhalten. Was ich also machen muss, ist erstmal die Liste 1 verändern. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder fange ich hier bei 0 an oder ich gehe bis N. Auch wenn der ente gedrehte Punkt gerade dem B entspricht. Ich könnte das B jetzt auch entfernen. Wir machen es gerade mal unsichtbar. Und trotzdem ist dieser Punkt, der richtige Punkt, vorhanden. Aber ich brauche B, um den Kreis zu bewegen und zu verändern. Deshalb lasse ich ihn sichtbar. Nun muss ich natürlich auch noch meine Liste 2 verändern mit den Strecken. Und damit bin ich schon bei der Lösung. Und jetzt kann ich die Anzahl der Teile beliebig variieren. Bei diesem Beispiel haben Sie jetzt vor allem den Befehl Elemente kennengelernt, der sehr wichtig ist, wenn ich nicht nur eine einzelne Liste, also Folge, sondern weitere Folgenbefehle anwenden möchte, indem ich die Inhalte der ersten Liste nutze. Dieser Elementebefehl ist unerlässlich dafür. Viel Spaß nun beim Ausprobieren. Vielleicht gibt es noch ein weiteres Tutorial zum Thema Folgen, bei dem ich Ihnen noch etwas zeigen werde. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Übersehen. Untertitelung des ZDF, 2020